Bei dieser Beziehungsebene oder bei dem Beziehungsmanagement ist das Beispiel, das du jetzt kurz gebracht hast, das ist glaube ich auch sehr treffend, wenn man das dann eben diese ein oder zwei Schritte weiterdenkt, nämlich dieses Vertrauen muss ja aufgebaut werden und das geht, also wenn wir schon mit dem Thema sind, also dem Theme sozusagen von dem Ganzen, das ist auch ein Prozess. Also das Beispiel, was du gesagt hast, würde ich das sogar nochmal prazisieren und dann sagen, ja, kein Mensch würde jemanden in ein One-on-One-Gespräch einladen und dann gleich darüber zu reden, ja, meine Familie hat die und die Probleme und hier damit kämpfe ich gerade und das ist gerade so schwer. Also das funktioniert ja auch nicht, auch auf einer menschlichen Ebene, weil dieses Oversharing ist ja auch keine richtige, führt ja auch nichts zu der guten Entwicklung, weil dann weiß ich ja wieder nicht, wo die Grenzen sind und dann heißt das ja, okay, muss ich jetzt als Teammitglied, muss ich jetzt genauso viel sharen, was jetzt meine Führungskraft mit mir geshared hat, was wenn ich aber damit nicht quasi gut umgehen kann, dass ich das sofort mache, also das ist ja auch eben so ein Prozess, dass man sich durch One-on-One-Gespräche vielleicht eben beim Watercooler, wie man so schön sagt, oder beim Kaffee mal ganz gemütlich beginnt kennenzulernen und wir haben ja über informelle Team-Treffen schon gesprochen, was ja auch dazu gehört und das muss man aber eben als Prozess sehen, also das ist quasi auch von der Führungskraft muss das schon auch so eine proaktive Geschichte sein, das mir durchaus bewusst ist, wie ich kommuniziere, wie wirke ich, wie gebe ich Anweisungen, wie empfange ich Feedback sozusagen und auf dem kann ich ja dann mehr und mehr aufbauen, nur ich glaube, das ist auch dieser Punkt, den wir ja oft erwähnen mit der Reflexion, man muss sich natürlich als Führungskraft über solche Dinge, sollte man sich vorher im Klaren sein, was ist denn mein Führungsverständnis von eben Offenheit oder von Kommunikation, weil ohne dem, ja, drehe ich mich vielleicht im Kreis oder überfrachte halt die Mitglieder mit Schwierigkeiten, die sie eigentlich gar nicht annehmen hätten müssen.